Ja, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich hatte früher immer Schwierigkeiten, die ganzen unterschiedlichen Antidiabetika auseinanderzuhalten. Deswegen hatte ich für mich eine kleine Merkhilfe jetzt für die Prüfung entwickelt. Die wollte ich euch allerdings auch nicht vorenthalten. Deswegen hier das kurze Ergänzungsvideo zum Video Pharmakologie der Antidiabetika, was ich oben rechts nochmal verlinken werde. Schauen wir uns also zuerst die DPP4-Inhibitoren an. Diese kann man auch Cliptine nennen. Deswegen habe ich hier so einen kleinen Clip eingefügt. Und dieser hemmt den Abbau der Ingritine. Also ich habe mir das so vorgestellt, dass der kleine Clip den Mülleimer verschließt und somit eben keine Ingritine mehr abgebaut werden können. Somit kann man sich ganz leicht die Cliptine merken, wie Cetacliptin oder Wildacliptin. Das war jetzt die erste Wirkstoffgruppe. Jetzt schauen wir uns schon die GLP1-Analoge an. Und die 1 habe ich ausgetauscht durch eine türkische Lira. Denn so kann man sich direkt das Lira-Glutid merken, ein sehr wichtiges GLP1-Analoge an. Und dies wirkt dann so, dass es die Wirkung der Ingritine nachahmt und so ebenfalls zu einer nahrungsabhängigen Insulinausschüttung führt. Da das Ganze eben nur nahrungsabhängig ist, kommt es bei den Cliptinen, aber auch bei den GLP1-Analoge nicht zu Hypoglykämien. Es wird auch gerne mal in Prüfungen gefragt, sollte man sich vielleicht merken. Die Lira hat auch noch einen Vorteil, denn die türkische Lira hat über die letzten Jahre massiv an Wert verloren. Und so habe ich mir zum Beispiel auch gemerkt, dass es unter GLP1-Analoge zu Gewichtsabnahme kommt. Weiterhin kann man sich auch noch das Exenatit merken mit so einem kleinen T-Rex. Oder auch ein T-Rex ist ja auch eine Echse, also Exenatit haben wir so auch gemerkt. Die drei nachfolgenden Wirkstoffgruppen haben alle gemein, dass sie zu einer Gewichtszunahme führen. Die Sulfonyn-Harnstoffe und die Glinide haben noch eine weitere wichtige Nebenwirkung. Und zwar führen sie über die Hemmung dieser Kaliumkanäle zur nahrungsunabhängigen Insulinausschüttung. Und wenn man vorher keine Nahrung zu sich genommen hat und dann einfach Insulin ausschüttet, ist ja logisch, dass der Blutzucker sinkt und dass es zu lebensgefährlichen Hypoglykämien kommen kann. Das ist auch eine beliebte Frage in Prüfungen. Bei den Sulfonyn-Harnstoffen fällt ja auf, dass da schon gar kein G im Wort ist. Aber das machen diese dann eben weg, indem sie mit G anfangen. Wie das Glimepirid und das Glibenklamid. Bei den Kliniden hatte ich ein bisschen Probleme, mir eine passende Merkhilfe zu erstellen. Aber das Repa-Klinid hat mir geholfen. Und zwar ist das nämlich ein Rapper. Und sein bester Song, den er rausgebracht hat, ist der Song Clean It Up. Und Glinit hört sich ja schon so ein bisschen an wie Glinid. Und Up, damit kann man sich merken, dass das Gewicht eben darunter zunimmt. Und Nathiglinid gehört auch noch dazu. Bei den Insulin-Sensitizer, die heißen ja Glitazone. Wie zum Beispiel C-Glitazone oder D-Glitazone. Die Glitazone werden, glaube ich, gerne verwechselt mit den Gliflozinen. Aber für die Gliflozine habe ich eine gute Merkhilfe, nämlich Gliflozine. Denn in der Niere ist natürlich ein sehr hoher Flow. Und deswegen weiß man, okay, SGLT2 ist im proximalen Tubulus. Da fließt dann der Urin vorbei. Deswegen wirken da die Gliflozine. Diese heißen Dapagliflozin und Empagliflozin. Weiterhin kann man sich über den Flow auch noch merken, im Herz hat man ja auch ein Herz-Zeit-Volumen und hat auch einen hohen Flow. Denn die SGLT2-Inhibitoren wirken auch kardioprotektiv. Jetzt schauen wir uns noch das Metformin an. Das Metformin, bei uns zu Hause gibt es ja so eine kleine Tradition, dass man zum Frühstück M&M isst. Also Mett und Milch. Und das Mett ist quasi die Eselsbrücke zum Metformin. Und Milch, da ist ja sehr viel Laktat drin. So kann man sich die Laktatazidose merken. Und da natürlich so ein Mal auch mal auf den Magen schlagen kann, weiß man natürlich auch, dass bei Metformin da auch Bauchkrämpfe und Durchfall mal auftreten können. Und die Akabose endet ja auch schon mit diesem Ose, also man weiß, dass da ein Enzym gehemmt wird, die Alpha-Glucosidase. Ich denke, das kann man sich einfach merken. Schauen wir uns jetzt nochmal die Zusammenfassung an. Die DPP4-Inhibitoren sind die Klyptine, hemmen den Abbau des Ingritins, GLP1-Analoger. Das ist die Lyra, wie Lyra-Klutid oder die Echse, Exenatid. Die Sofenin-Harnstoffe beginnen mit dem großen G, Gefahr Hypoglykämie. Die Klinide sind wie die Sofenin-Harnstoffe, ist Clean-It-Up von dem kleinen Wrapper hier. Die Glitazone, merken wir uns in Abgrenzung zu den SGLC2-Inhibitoren. Die Gliflauzine, die sind auch kardioprotektiv. Und es kann hierbei zu Harnwegsinfekten kommen, da natürlich da mehr Zucker in dem Urin ist. Und Metformin, M&M, also Met und Milch, kann zu Lactatazidose kommen und zu Durchfall. Und zu guter Letzt, die Ackerbose, kann es ebenfalls zu Blähungen und Durchfall kommen. Und noch ganz wichtig, alle Antidiabetiker sind kontraindiziert in der Schwangerschaft. Das sollte man sich auf jeden Fall auch noch merken. Ja, ich hoffe euch hat das Video gefallen, es war mal etwas anderes. Falls ihr wie immer Feedback oder konstruktive Kritik habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.